die fünf billigsten autos mit 300 ps bei meinem video über günstige autos mit 500 ps wurde ich von einem zuschauer gefragt ob ich das gleiche video auch noch mit autos bis 300 ps machen könnte und hier ist es wenn ihr also auch video vorschläge habt schreibt mir diese einfach bitte in die kommentare im gegensatz zu autos mit 500 ps gibt es bei welchen mit 300 ps eine viel größere auswahl schreibt mir also deshalb bitte in die kommentare wenn ich ein auto vergessen habe das unbedingt auf diese liste gehört und like das video wenn euch dieses format gefällt los geht's mit dem video mercedes benz w 210 e 55 amg schon ab 6000 euro bekommt ihr brauchbare exemplare der rundaugen e klasse aus den 90ern diese hat den bekannten m 113 5,4 liter v8 motor mit 354 ps wie alle mercedes modelle aus den 90ern neigt insbesondere diese e klasse sehr stark zum rost passt also vor einem kauf besser genau auf diese amg beschleunigt euch in 5,7 sekunden auf 100 stunden kilometer chrysler 300c 5.7 hemi v8 ab 8000 euro bekommt ihr das bentley imitat von chrysler mit einem 340 ps starken hemi v8 motor dieser wagen sieht nicht nur so ähnlich wie ein rolls royce oder bentley aus jedoch von vielen leuten die einfach keine ahnung von autos haben für solche gehalten dieser chrysler beschleunigt mit seinem 5,7 liter hemi v8 motor in 6,4 sekunden auf 100 kmh audi s4 b6 4.2 fsi ab 10.000 euro bekommt den verhältnismäßig seltenen audi s4 b6 diese hat den gleichen motor wie der damalige audi a8 nur in einer leistungsgesteigerten variante diese beschleunigt diesen s4 in 5,4 sekunden auf 100 kmh cadillac civil mark 2 sts den zweiten ami auf dieser liste bekommt ihr ab 5000 euro den cadillac civil mark 2 sts dieser stellt eine sportliche version des cadillac civil dar dieser hat ein 4,6 liter v8 aggregat welches diesen wagen in 6,8 sekunden auf 100 kmh beschleunigt mercedes benz c 215 cl 500 den bekannten cl 500 erhaltet ihr schon ab 5000 euro dann jedoch mit vielen kilometern und etwas fragliche service historie bei diesem kfz ist es besonders wichtig dass ihr euch unbedingt ein gepflegtes exemplar sichert da dieses auto ein kompliziertes hydraulisches fahrwerk namens abc bzw active body control hat denn wenn dieses probleme macht kann der traum vom cl auch ganz schnell wieder vorbei sein dieser cl 500 beschleunigt